VHS-Mitarbeiter legen Sie über die Administration Ihrer Volkshochschule an. Hier den Reiter VHS-Mitarbeiter wählen. Dann auf den Link Neuen VHS-Mitarbeiter anlegen klicken. Ins erste Feld kommt der Nutzername. Dieser ist gleichzeitig der Login zu VHS-Cloud. Er besteht gewöhnlich aus Vor- und Nachnamen, getrennt durch einen Punkt. Das Kürzel Ihrer VHS wird automatisch ergänzt und sollte nicht mit angegeben werden. Nicht akzeptiert werden Sonder- und Leerzeichen sowie Umlaute. Unter Alias können Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Auch mit dieser kann sich der VHS-Mitarbeiter dann in der VHS-Cloud einloggen. Außerdem wird die E-Mail-Adresse unter Externe Dienste in den Einstellungen im Schreibtischbereich eingetragen. So kann der VHS-Mitarbeiter selbst sein Passwort zurücksetzen. Auch Benachrichtigungen an diese E-Mail-Adresse sind möglich. Soll das Passwort direkt an die angegebene E-Mail-Adresse gehen? Dann setzen Sie ein Häkchen in der Checkbox. Über den Link lässt sich die E-Mail-Vorlage bearbeiten. Betreff und Text der E-Mail können geändert werden. Die Ersetzungsmarken sollten jedoch erhalten bleiben. Hier werden der Name, der Login und das Passwort des Nutzers vor Versand automatisch eingebunden. Haben Sie die Vorlage geändert, erscheint unten ein weiterer Button. Mit diesem kann die alte Version wieder hergestellt werden. Ins nächste Feld kommt der Klarname. Unter diesem Namen wird der VHS-Mitarbeiter anderen Mitgliedern in der VHS-Cloud angezeigt. Den Namen kann das Mitglied jederzeit selbst im Profil über das Feld angezeigter Name ändern. Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen umfassen und möglichst Sonderzeichen oder Zahlen enthalten. Und nicht vergessen, teilen Sie Ihren VHS-Mitarbeitern unbedingt das Passwort mit, wenn Sie auf das Häkchen in der Checkbox oben verzichten. In jedem Fall müssen VHS-Mitarbeiter beim ersten Login ihr Passwort ändern. Haben Sie bereits Zuordnungen angelegt, können Sie den Account direkt einsortieren. Zu den Zuordnungen am Ende des Films mehr. Nur noch speichern. Mia Mustername ist jetzt unter der gewählten Zuordnung angelegt. Beachten Sie, dass die Auswahlbox erst erscheint, wenn Zuordnungen erstellt sind. Möchten Sie mehrere VHS-Mitarbeiter in einem Rutsch anlegen? Dann klicken Sie auf den passenden Link. Markieren Sie per Checkbox, welche Angaben übertragen werden. Nur der Nutzername ist Pflicht. Auf Wunsch kann das Passwort automatisch an die unter Alias angegebene E-Mail-Adresse verschickt werden. Setzen Sie kein Häkchen beim Passwort, wird automatisch eines generiert. Kopieren Sie Ihre Daten zum Beispiel aus einer Tabellenkalkulation. Die Daten ganz einfach in das Textfeld einfügen. Ein Name pro Zeile sollte es sein. Die Spalten sind durch ein Leerzeichen oder einem Tabulator voneinander zu trennen. In diesem Beispiel wird auf das Alias verzichtet. Am einfachsten ist es jedoch, die eh vorhandene dienstliche E-Mail-Adresse anzugeben und die Zugangsdaten automatisch dorthin schicken zu lassen. Bei Bedarf und, falls bereits angelegt, eine Zuordnung wählen. Nur noch auf Importieren klicken. Die Tabelle oben zeigt die erfolgreich angelegten Accounts. Auch die Accounts, die nicht angelegt werden konnten, sind aufgelistet. Dies kann ein bereits vergebener Nutzername sein oder etwa ein Nutzername mit Sonderzeichen oder Umlauten, wie in diesem Beispiel. Die fehlgeschlagenen Importe im Textfeld unten korrigieren. Im Anschluss erneut auf Importieren klicken. Fertig. Dieser Mitarbeiter ist ebenfalls hinzugefügt. Wechseln Sie, falls nötig, wieder in die angegebene Zuordnung, um die neu angelegten Mitarbeiter zu finden. Auch über den Direktzugriff lassen sich Mitglieder anzeigen. Einfach den Login eingeben und auf den Button Greifen klicken. Ist der Login nicht bekannt, den Reiter Suche wählen. Hier die passende Rolle angeben. Dann zum Beispiel den Nachnamen eintippen. Im Anschluss auf Suchen klicken. Über das Icon links das gesuchte Mitglied greifen. Das Fenster schließen. In der Übersicht können Sie gezielt für einzelne Mitarbeiter die Einstellungen anpassen. Soll das Mitglied zum Beispiel von den Voreinstellungen abweichende Basisrechte erhalten, dann klicken Sie auf das zweite Icon. Hier geben Sie an, welche Funktionen der Mitarbeiter im Schreibtischbereich in der linken Navigation zur Verfügung hat. Einfach den passenden Radio Button wählen und die Änderungen speichern. Über das Schlüssel-Icon können Sie das Passwort des VHS-Mitarbeiters ändern. Einfach ein neues Passwort eintippen. Im Anschluss speichern. Teilen Sie das neue Passwort unbedingt Ihrem VHS-Mitarbeiter mit. Nach Login mit dem neuen Passwort wird das Mitglied aufgefordert, dieses zu ändern. Das nächste Icon. Die Mitgliedschaften. Die Liste zeigt, in welchen Räumen die Person Mitglied ist. Über das Icon links lassen sich die Mitgliedsrechte gezielt für einen Raum verwalten. Außerdem können Mitgliedschaften über den Link rechts importiert werden. Geben Sie den Login der Räume ein. Dann auf Importieren klicken. Herbert Mustermann ist jetzt Mitglied in zwei weiteren Kursen. Möchten Sie ihn aus einer Gruppe oder einem Kurs entfernen, ist dies unter Mitgliedschaften über den Papierkorb möglich. Zurück zur Übersicht. Es geht weiter mit den Mitgliedsrechten. Soll ein VHS-Mitarbeiter im Bereich Volkshochschule von den Voreinstellungen abweichende Mitgliedsrechte erhalten, dann können Sie diese hier gezielt anpassen. Angezeigt werden die momentan verfügbaren Funktionen in Ihrer Volkshochschule. Deaktivierte Funktionen sieht der Mitarbeiter nicht. Hat er das Mitgliedsrecht aktiv, sieht er die Funktionen und kann Inhalte lesen. Mit Schreibrechten kann er selbst Einträge vornehmen und diese bearbeiten. Hat er Adminrechte, kann er auch fremde Einträge bearbeiten und löschen. Setzen Sie die Administration im roten Balken unten auf Admin, erhält der VHS-Mitarbeiter volle Administrationsrechte für die Volkshochschule. Ein Klick auf den Link unten zeigt auch die deaktivierten Funktionen an. Diese sind ausgegraut. Möchten Sie eine Funktion freigeben, geht dies über den Reiter VHS über die Basisrechte. Wieder zur Übersicht. Mit Klick auf den Link unten lassen sich alle Mitglieder der aktivierten Zuordnung anzeigen. Um mehrere Mitglieder gleichzeitig zu administrieren, diese per Checkbox markieren. Alternativ direkt auf den Link Alle klicken. Es erscheint eine zusätzliche Icon-Leiste. Hier können Sie für alle markierten Mitglieder gleichzeitig zum Beispiel die Basisrechte anpassen, Zuordnungen ändern, die Mitgliedsrechte bearbeiten oder die VHS-Mitarbeiter über den Papiergrop löschen. Zuordnungen legen Sie über den Link rechts an. Einfach in das Textfeld unten eine neue Zuordnung eintippen und die Änderungen speichern. So könnten Sie bei Zuordnung A etwa die Fachbereiche eintragen, wie in diesem Beispiel. Weitere Zuordnungen lassen sich im Reiter B anlegen, so wie es Ihnen passt. Sobald Zuordnungen angelegt sind, erscheint die Auswahlbox oben. Außerdem ist dann das Icon zum Ändern der Zuordnung verfügbar. Schauen Sie sich gerne die weiteren Hilfefilmer an, um noch mehr über die Administration der Volkshochschule zu erfahren. Wenn ich dann wieder den Sch gemeldet habe, wenn Sie mit einer Beinigung lieben, einen Schuss zum Ändern der Zuordnung gelegt haben, dann kommen Sie dazu an, um eine Beinigung für die Regel mehr zu ziehen.